MS und Kinderwunsch Frauen sind von Multiple Sklerose etwa dreimal so häufig betroffen wie Männer. Fragen zum Thema Kinderwunsch sowie zum Verlauf der Schwangerschaft und der Geburt gehören daher zum Alltag vieler Betroffener. Früher wurde Frauen, die an MS erkrankt sind, oft von einer Schwangerschaft abgeraten. Viele Patientinnen mit Kinderwunsch haben sich aus Unsicherheit oder Angst vor negativen Folgen gegen eine Schwangerschaft entschieden oder sogar einen Schwangerschaftsverbruch vornehmen lassen. Heute weiß man, dass eine Schwangerschaft bei MS-Patientinnen keinerlei negativen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes oder den Krankheitsverlauf hat, Frauen mit Kinderwunsch müssen also nicht allein aufgrund der Diagnose MS auf eine Schwangerschaft verzichten. Hat Multiple Sklerose Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit? Auf den ersten Blick haben Frauen mit Multiple Sklerose durchschnittlich weniger Kinder als gesunde Frauen. Dies führt häufig zu der Annahme, die Erkrankung würde mit verminderter Fruchtbarkeit einhergehen. Allerdings ist dies nicht korrekt, bislang konnten keine negativen Auswirkungen von MS auf die Fertilität festgestellt werden, weder bei erkrankten Frauen noch bei erkrankten Männern. Vielmehr entscheiden sich MS-Patientinnen häufig aufgrund hoher Schubfrequenz oder rasch fortschreitender Erkrankung gegen eine Schwangerschaft. Auch Sorgen vor zukünftigen körperlichen Einschränkungen tragen dazu bei. Liegen aufgrund anderer Ursache Fertilitätsstörungen vor, kann auch bei MS-Patientinnen mit Kinderwunsch eine künstliche Befruchtung, In-vitro-Fertilisation, durchgeführt werden. Dies geht allerdings oft mit einer erhöhten Schubfrequenz einher.